Binance-Verbot für Ex-CEO Changpeng Zhao Changpeng Zhao, auch bekannt als CZ, darf nie wieder CEO von Binance sein. Ursprünglich sollte CZ nur ein Drei-Jahres-Verbot erhalten. Aber nun ist es dauerhaft. US-Behörden beschuldigen CZ und Binance seit 2023 der Sanktionsumgehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Er bekannte sich schuldig, Antigeldwäschemaßnahmen unzureichend umgesetzt zu haben. Die Kryptobörse zahlte 4,3 Milliarden Dollar Strafe. CZ wurde zu vier Monaten Haft verurteilt und trat diese Strafe im Juni 2024 an. Richard Tang, ein enger Vertrauter von CZ, leitet derzeit Binance. Der gebürtige Chinese Changpeng Zhao gründete Binance im Jahr 2017. Innerhalb weniger Jahre wurde Binance zur größten Kryptobörse der Welt. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.